hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen video wer es ist das so zu einem neuen projekt mit hero gamer ganz neu auf meinem kanal und es soll das anders sein mit meinem freund der echte maßel darf es ja und zwar leute das liegt einfach daran dass sie ja bei jedem die 60 wir sehen da hinten schon direkt der hinz und ich sage euch 1 4 3 auf dem warft das kann sehr verrückt werden und spaß hier wir spielen auf normal ich würde nicht ins wasser alles gut alles gut das ist mal auf die insel gehen wir treiben doch doch jeder kinder so was das auch nö Leute unser Boot wird noch kleiner unser Boot machen du meinst dich nicht blöde Frage was ist eigentlich wenn wir kein Boot mehr haben das weiß ich nicht und? haben wir verloren es sollte doch mal vielleicht erwähnt dass wir einen Mod spielen also wir haben vielleicht auch ne Idee achso ja Leute ich spiel mit Mods die hab ich euch in der Beschreibung verlinkt kurze Erklärung und zwar eine Deko Mod einer wo Waffen hinzufügt aber ich sag euch gleich dass es eigentlich nur spaßhalber ist wir haben jetzt nicht ähm jetzt gegen Monster damit kämpfen sondern Ergernung selber aus spaß wir haben eine Mod wo wir das segeln und alles anpassen können ähm wir haben fernseher wenn wir wollen da können wir youtube videos laufen lassen das ist nicht schön und wir haben das haben wir noch was ich hab vergessen wir haben einen Trommelmotor hab ich gerade gesehen Deko Mod er mal auch noch ja stimmt ja Dekoration hab ich gesagt wir haben eine Truhe auch meist auf Truhe wir können eine Hundehütte für Hero One das ist auch cool und vielleicht noch für Flamie aber das weiß ich nicht ob die so reinpasst oder ein mag ich hab das Gefühl die wär das lieber wenn ich wenn ich bei dir im Haus wohne er wäre du bist ein bisschen nah gerade sind in der aufnahme ich sehe ich habe die klasse leute ich fahre gleich runter ich glaube hier direkt wieder wir bauen das hier alles noch schön aber jetzt erst mal müssen uns ernst über leben kümmern würde ich sagen das wollte ich mir gerade nehmen wir glauben uns die ganze zeit das zeug werden so also wie wir das ist ja eigentlich auf der brust für ein zeichen und was ist das weiß ich nicht aber kann ich hier nicht sagen ich bin hier nur aufgewachsen ich habe keine ahnung was im schlaf passiert ist also ja ich weiß was bei dem schlaf passiert ist ja ich habe dich hier ich habe dich gerettet ich habe dich hierher gezogen ja vielleicht nicht genug für den boddel nein ich kann euch an meine tasse anbieten es wird ich habe auch eine tasse also es wird dunkel oh hast du Angst in dunkel nein 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 ich glaube der ich glaube der bin echt der Kandidat ja ich glaube das ist ein bisschen heller stellen weil sonst wird es zu dunkel ich bin für dein xxl Fernsees mal irgendwann mal bauen also ja irgendwann mal es gibt klein und alles er so xxl Fernseher direkt ja klar hast du noch einen Wunsch du musst uns aufwachsen eine Uhr du willst eine Uhr haben ja ja was wirst du noch haben Fernseher noch eine AK-7 am besten eine AK-47 nein 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 ich baue das ich und eine Sniper Ralph Ramell lieber also da haben wir noch Ansprüche eine Uzi eine Uzi weißt was ich geil bin weißt was ich geil bin es gibt eine Glock 18 das finde ich geil ja aber die werden wir eh nicht im Kampf benutzen das heißt warum ich geil flüssen die Glock 18 gibt bei Glockenzen ohne gefühlt ja warum Glockenzen ist recht vermag also rein theoretisch was war ich finde ich war eingestellt oder ja ausgestellt was die Behörden und die Feiertel zu fliegelig von Monten Worte gemacht ich habe ich ein dann gehört genau ein bisschen aus gut doch ja ich habe sechs Seiten gemacht ich darf es mit sich werden ja das wäre ja gesagt wir schießen uns ja selber ab aber nicht vergessen wir spielen auf normal also uns bitte nicht gegenseitig töten ok und da schaue ich ganz genau dich an mich oder Hero die hier ist weiß ich nicht also wie du drauf bist hier Garten Schiff eine ist die Insel wo sie nein nein wo nein lass fallen warte mal vor da eine Insel nach vorne ich sehe die Insel holz ich sehe die Insel holz oder so erweiterung der Stiftes eine Kiste wenn nicht schlecht oh ein Schiff einfach eigentlich nur ein Floh aber warte warte ich erstelle eine Kiste ich erstelle eine Kiste so Leute was hast du gesagt was hast du gesagt erweiterung der Schiffe ist wieder so eigentlich ist es eigentlich nur ein Flohs aber egal das muss ja keiner wissen also auch wir können ein Rauschenboot machen er hat sich schon bisschen abgefahren wer wer der Marcel ja guck mal Leute unser erster der erste Karton oh moin gleich voll Müll und unser unser erster unser erstes Morditem war ein Karton Leute ich verhunger ich den den der der und die ich woche die die ich bin kann ich proben scheiße ich brauche ich brauche ich brauche noch ein Blatt ich werde vom Fluss erquetscht hat irgendwer von euch schon ein Speer? ja hab ich hat irgendwer von euch ein Blatt für dich? nein 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 in der Kiste ist kalt ähm ich würde euch gerne Axt machen da ist ein Blatt da ist ein Blatt da ist ein Blatt nein ich krieg's nicht doch bitte bitte ja scheiße Atene? wer hat denn die Atene bekommen? die Atene ist eines der wichtigsten Items ich das hast du gut gemacht RUN HELP ME ich verhungere Dio ist der einzigste das du mich beschwert du war weg wir sollten mich beschweren ist doch nur ein Speer hoch er hat die Fahrt nicht ohne mich weg ne wir haben auch Blätter was kann ja ich hab leider gefunden mir lohnt er ich hab belohnt ich muss nicht sterben ich hab ne Mango ja meine Mango ich hab ne Mango ja meine Mango Hio hast du schon in der Insel benutzt war oben irgendwas ne Kiste oder so ne 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 hab sie gelootet ja das sag und was war da drin äh holz das ist unten sein holz haben wir also nichts besonderes nö ne so Leute jetzt haben wir ein Problem wir kommen von der Insel nicht wieder weg so schnell wie ein Pottel das aber wir brauchen jetzt schon und Sand sehr wichtig du lass uns vielleicht erst mal unter äh unter Wasser gehen warum kommen wir nicht weg von der Insel hallo ähm weil wir da rein weil wir kein ähm Segel haben brauchen wir nicht ein Pottel einfach dafür also schon theoretisch aber ich würd gern ein paar Sachen unter Wasser mach ruhig was auch aber ich sterbe gleich scheiße wir haben noch kein Bett wenn wir jetzt sterben dann sind 65% das ist immer ein Darkspeck aah oh Gott meines wär auch nicht gut Alter wie verfressen ist mein Charakter meines auch sehr verfressen also gleich von mir genauso ich mach mal ein Pottel ähm ich hab gerade den Borsuchstisch gebaut oder so weil's für ihn das hier zunehmend war der ist sehr gut der ist sehr gut ist gut ähm ein Essen von euch für mich vielleicht ich hab zwei Kokosnüsse für dich ich hab zwei Kokosnüsse für dich wie seh ich denn eigentlich aus aber ein und du musst mit uns jeden Diop alles gut alles gut alles gut alles gut gut ich bin auch so sein und die erste Sägele ganz wie viele Blätter ab dem auch was übergeben und gar nicht gut sein alles trinken ziemlich gut kompliziert wenn man zu es gibt einen Mord die sich für da haben wir aber nein die habe ich nicht aktiviert aber die Erlebnisse sobald sei so ins Bett der König sterben hier ist die Anfragen von der Ausführung mit der Vorbereitung ich sehe ich jetzt hier wenn ich wieder aufwachen war von uns bei der Hose nicht fertig Wer hat denn der Hammer von euch? Könnt ihr vielleicht mal diesen Teil reparieren? Weil nämlich sonst ist das Vorsuchstisch weg, wenn das nächste Mal daheim kommt. Hier ist das Teil? Das reparieren. Das reparieren. Danke sehr. Ah ja. Aber wir haben ja auch noch eine Mordfunktion. Leute, bitte wiederbeleben. Ich weiß jetzt nicht, warum ich gestorben bin, aber ja. Was? Wahrscheinlich mal 100. Nein, ich hab noch 100. Ah! Kann was? Hier wurde keine Sember mit dem Hammer hingang. Ein bisschen sind mir vielleicht damit getötet aus. Rein theoretisch. Kann man mit dem Hammer schlagen? Ich hab nichts gemacht. Nee, weil irgendwer, Igo, ich hingewer, irgendwie draufkommt, ob das zum Teil mit dem Hammer, also. Definitiv! Dieser ist auch nicht so schlimm. Aber ich wollte sagen, dass ich zu fragen, weil... Und dann fragen wir dann, wie man glaubt. Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Eigentlich reicht das für die erste Folge, würde ich sagen. Gut, oder? Dann würd ich's... oder... oder wer willst? Wir machen so nächste Folge, tut jemand anderes hier an, mitzumachen? Machen wir immer alle drei? Okay. Ja, das ist ja... das besprechen wir noch der Aufnahme. Okay. Dann würde ich sagen, es war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao, ciao. Und wie gesagt, es mag ich noch und noch welche Folgen aufnehmen. Tja.